Kennst du das, dass du plötzlich Sprüche raushaust zu deinen Kindern, die du selber früher gehört hast und die du oberdoof fandest von deinen Eltern? Zum Beispiel, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, wird gemacht, was ich sage. Falls du das kennst, dann bist du bei uns genau richtig, denn wir werden Möglichkeiten geben, wie du genau solche Situationen aufarbeiten kannst. Je genauer wir uns erkennen, desto weniger kann es uns passieren, dass wir schlechte Programme oder alte Schatten auf unsere Kinder werfen. Dafür haben wir diesen Online-Kurs entwickelt, dass du mit vielen Übungen daran arbeiten kannst, deine Beziehung zu deinem Kind noch besser zu gestalten und dass dir damit auch letztlich die Erziehung viel leichter von der Hand geht. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.